Der kleine Katechismus, Katechismus Minor, für die Jugend zu Schwibisch Hall im Jahre 1536 von Professor Johannes Prenz, Prediger zu Hall. 1. Korinther 14 Werdet nicht Kinder am Verständnis, sondern an der Bosheit, seid Kinder. An dem Verständnis aber seid vollkommen. Fragestücke für die jungen Kinder, die in Glauben die Gebote Gottes, das Vaterunser und des Herrn Nachtmahl betreffend. 1. Frage Was bist du? Antwort Der ersten Geburt nach bin ich eine vernünftige Kreatur oder Mensch von Gott erschaffen. Aber der neuen Geburt nach bin ich ein Christ. Frage Warum bist du ein Christ? Antwort Darum, dass ich in dem Namen Christi getauft bin und glaube an Jesus Christus. Frage Frage Was ist die Taufe? Antwort Ein Bad der Wiedergeburt, dadurch ein Gläubiger wird eingelebt und eingesegnet in die Güter der himmlischen Bürgerschaft und ewigen Seligkeit. Frage Frage Was glaubst du? Antwort Der erste Artikel Ich glaube an Gott, den Allmächtigen Vater, Erschaffer Himmels und der Erde. Der zweite Artikel Und an Jesum Christum, seinen einigen Sohn, unseren Herrn. Der dritte Artikel Der empfangen ist von dem Heiligen Geist, geboren aus Maria der Jungfrau. Der vierte Artikel Der gelitten hat, unter Pontius Pilatus, gekreuzig, gestorben und begraben. Der fünfte Artikel Er ist hinabgestiegen zu der Hölle, am dritten Tage von den Toten auferstanden. Der sechste Artikel Er ist aufgestiegen in die Himmel. Da sitzt er zu der rechten Gottes seines Allmächtigen Vaters. Der siebte Artikel Von dannen er zukünftig ist, zu richten die Lebendigen und Toten. Der achte Artikel Ich glaube an den Heiligen Geist. Der neunte Artikel Eine heilige christliche Kirche Eine Gemeinschaft der Heiligen Der zehnte Artikel Verzeihung der Sünden Der elfte Artikel Auferstehung des Fleisches Der zwölfte Artikel Und ein ewiges Leben Frage Was tut Der Glaube Antwort Er macht einen neuen Menschen aus uns, dass wir fromm werden und nicht mehr wandeln in Sünden, sondern Recht tun, Unrecht lassen und erfüllen die Gebote Gottes. Zweitens Frage Was sind die Gebote Gottes? Antwort Das erste Gebot Du sollst glauben an einen Gott Das zweite Gebot Du sollst den Namen des Herrn nicht vergeblich in den Mund nehmen Das dritte Gebot Du sollst den Sabbat heiligen Das vierte Gebot Du sollst Vater und Mutter in Ehren halten Das fünfte Gebot Du sollst nicht töten Das sechste Gebot Du sollst nicht ihr brechen Das siebte Gebot Du sollst nicht stehlen Das achte Gebot Du sollst kein Falschzeugnis geben Das neunte Gebot Du sollst deines nächsten Ehegemals nicht begehren Das zehnte Gebot Du sollst nicht fremdes Gut begehren Frage Wodurch erfüllen wir die Gebote Gottes? Aus unseren eigenen Kräften? Oder aus Kraft und Stärke der Gnade Gottes? Antwort Aus der Kraft und Gnade Gottes Drittens Frage Wie überkommt man aber die Gnade Gottes, Herrn? Antwort Mit dem Gebet Durch unseren Herrn Jesus Christus Denn er hat gesagt Was ihr den Vater bittet In meinem Namen Das wird er euch geben Frage Wie bietet man Antwort Wie uns unser Herr Jesus Christus gelehrt hat Vater unser Der Du bist im Himmel Die erste Bitte Dein Name sei heilig Die zweite Bitte Dein Reich komme Die dritte Bitte Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel Die vierte Bitte Unser täglich Brot Gib uns heute Die fünfte Bitte Und vergib uns unsere Schuld Wie wir unseren Schuldigern vergeben Die sechste Bitte Führe uns nicht in Versuchung Die siebte Bitte Sondern erlöse uns von dem Übel Denn Dein ist das Reich Die Kraft und die Herrlichkeit In Ewigkeit Amen Frage Darf der Mensch auch gegen Gott bitten Die weil er ein Sünder ist Antwort Ja Denn so er Gnade begehrt Und glaubt So werden ihm die Sünden vergeben Frage Wer verzeiht die Sünden Antwort Gott unser Herr Wie er denn selbst spricht Durch den Propheten Jesaja Im 43. Kapitel Vers 25 Ich selbst Ich selbst Vertilge Deine Sünden Von meinetwegen Und will Deiner Sünden Nimmer gedenken Frage Warum verzeiht Gott Den Menschen die Sünden Um seiner Frömmigkeit Oder guten Werke willen Antwort Nein Sondern von wegen der Gnade Christi Welcher seinen Leib Für die Sünder gegeben hat Und sein Blut Zur Verzeihung der Sünden Vergossen hat Frage Sind auch Dir Deine Sünden vergeben? Antwort Ja Denn Christus hat seinen Leib An welchem das Leben hanget Und sein Blut An welchem die Verzeihung Der Sünden hanget Nicht allein für mich gegeben Und vergossen Sondern mir auch Zu einem Eigentum geschenkt Frage Wie hat er Dir aber Das Geschenk übergeben? Antwort Durch das Evangelium Und das Sakrament Des Nachtmals Viertens Frage Was ist das Nachtmal? Antwort Es ist ein geistliches Mahl Darin uns geistliche Speise und Trank Werden mitgeteilt Frage Warum nennest Du es geistliche Speise und Trank? So doch Brot und Wein Die man im Nachtmal austeilt Leibliche Speise und Trank sind Antwort So man will urteilen Nach dem Geschmack des Mundes So sind sie leiblich Aber die weil unser Herr Jesus Christus Das Brot des Abendmahls zu seinem wahrhaftigen Leib Und den Wein zu seinem wahrhaftigen Blut Durch sein göttlich allmächtig Wort Gesegnet und verordnet hat Auf dass das Abendmahl nicht soll sein Eine Speise des Leibes Zur Fülle Sondern eine Speise der Seele Zur Erhaltung der geistlichen Güter Uns durch die Taufe mitgeteilt Und mit dem Glauben angenommen So werden sie billig eine geistliche Speise und Trank genannt Frage Wozu ist das Nachtmal von Jesus Christus eingesetzt? Antwort Es ist eingesetzt Dass man von wegen des gegenwärtigen Leibes und Bluts Christi So soll dabei gedenken und verkündigen den Tod Unseres Herrn Jesus Christus Und aller der Guttaten So uns durch den Tod Christi erworben sind Frage Woher weißt du solches? Antwort Aus den Worten des Nachtmals Frage Wie lauten die? Antwort In der Nacht Da der Herr Jesus Verraten ward Und mit seinen Jüngern zu Tisch saß Da nahm er das Brot In seiner heilige Hand Sagte Dank seinem himmlischen Vater Signete es Brach es Gab seinen Jüngern und sprach Nehmet hin und esset Das ist mein Leib Der für euch gegeben wird Solches tut zu meinem Gedächtnis Desgleichen nach dem Nachtmal Nahm er den Kelch In seine heilige Hand Dankte und sprach Nehmet hin und trinket alle daraus Das ist der Kelch des neuen und ewigen Testaments In meinem Blut Das für euch, für viele Vergossen wird zur Vergebung der Sünden Solches tut so oft ihr es trinkt Zu meinem Gedächtnis Frage Begehrst du auch solche Güter einzunehmen Und deinen Glauben zu stärken? Antwort Ja Ich begehr's vom Herzen Frage Was Ursache bewegt dich dazu? Antwort Dass ich ein brechenhaftiger Armer Sünder bin Und mag ohne die Gnade Gottes Keinen Augenblick beständig bleiben Frage Was gebührt dir nach den empfangenen Gütern zu tun? Antwort Dass ich die Güter wohl anlege In der Furcht Gottes lebe und fromm sei Auch Dass ich meinem Nächsten verzeihe Wie mir Gott verziehen hat Ich gehe mal Ich gehe mal wo er Vielen Dank.